Hallo, das ist der Raini, mir geht es gut, ich hoffe euch geht es auch gut. Ich erledige gerade meine Hausaufgaben sozusagen, trainiert von zu Hause aus. Ja, ist ein bisschen ärgerlich, aber in Zeiten wie diesen müssen wir einfach zusammenhalten. Ich hoffe, ihr hört sich an die Vorgaben der Regierung, bleibt zu Hause, gemeinsam gegen Corona.